ach die schlange sieht echt cool aus hat überlegen wo ich hin muss okay da haben wir das mit dem auch erledigt werden immer noch die schaffiguren ja dann bitte super jetzt muss ich jetzt nur noch drehen haben wir ja der blaseball funktioniert es gibt sind das problem ist wir können doch nicht los ja steuerrat ja 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 die leute aha weiß sägeblätter ja das ist die richtige munition ich muss oben wie Oha! Verdammt, die Brücke, die habe ich ja total vergessen schon wieder. Wie wundervoll. Ein Bild von Tieren und Tiereisstatue. Eine Zange. Hier fehlt aber eine, richtig. Okay. Hier gibt es nichts. Hier sind immer noch die Tissibumsis. Äh, aber wofür brauche ich die Zange? Wofür brauche ich die Zange? Oh, Leute. Das Spiel, ne? Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich das heute durchspielen kann, aber das sieht ein bisschen schlecht aus, würde ich mal sagen. Gibt es nichts zu tun. Auch nicht. Okay. Nee. Okay, das heißt, wir müssen noch mal... Tut mir leid, wenn ich so viel um Hilfe schrei, aber ich bin gerade ein bisschen... Wir haben jetzt nur die Zange. Wir haben gerade echt nur die Zange. Kommt noch was hin? Ach! Das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay. Das Bruder hat sich ja in diesem Holz verfangen, ich muss es mit dem Steuerrad drehen. Ja, ich habe nur keins. Okay, aber auf jeden Fall können wir jetzt erstmal zurück und machen jetzt erstmal unsere... Ähm... So. Endlich. Super. Ja. Ich muss nur noch Flüssigkeit einfüllen und die Form einfüllen. Oh nein. Oh, echt? Äh... Was kriege ich denn? Ach so. Okay. Ja. Sehr schön. Aber mal wieder zurück. Da hin. Dann stellen wir das da hin. Und dann drücken wir auf den Druck. Danke. Eitschach! Hey! Ja. War jetzt nochmal Eitschach. Okay. Wir kommen dem Ende langsam entgegen, glaube ich. Ähm... Das Eis ein. Ah, das war hier. Ähm, ich muss mich auf diese Zeichnung der Tiere beziehen. Ja. Okay. Drei. Aha! Oh! Ein Fernglas. Sehr schön. Und ein Segeltuch. Das ist aber sehr freundlich. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Nö. Okay. Ähm, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Dann, ähm, fahren wir nochmal zurück. Lange ist der Hammer, ne? Wie die guckt. Das ist, äh, ja. Hallo! Ne? Äh... So. Wir haben ein... Steuerrad. Das haben wir schon mal fertig. Dann... Äh... Äh... Halt! Stopp! Das Boot ist bereit, in den See zu stechen, aber es ist mit einer Kette am Dock festgemacht. Oh mein Gott. Danke! Aha! Oh nee, noch nicht ein Locken. Ja. Oh mein Gott. Aha! Ähm, das ist leider nicht ganz richtig. Okay. Ah... Aha! Vielen herzlichen Dank! Äh... Äh... Ähä? Scheiße! Das Tor wird von diesen Gewichten an Ort und Stelle gehalten. Und wenn ich alle Gewichte entferne... Seile ziehe. Eh, was für Seile! Hä? Na, Seile bitte! So. 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 Auf die Seile ziehen die Gewichte mit dem Tor verbinden. So. Wack für Seile bitte! Hallo! Seht ihr Seile? Ich sehe nicht ein bisschen Seil, aber Okay Der Weg ist Ich brauche diesen Code, um das Boot um den Dock loszubinden Was für ein Boot Was für ein Boot Code, bitte Okay Naja, wir sind auf jeden Fall schon mal eine ganze Ecke weitergekommen Hallo Froschi Ja, ja, ich weiß, aber ich habe keine Ahnung wie Keine Ahnung wie Ich habe gerade echt keinen Plan wie, ne? Also Achso, das ist direkt, achso, okay, gut Ich habe aber sonst nichts, was ich jetzt hier tun könnte Ich habe hier Ich habe hier Ich habe hier gott ich bin so eine honk ja entschuldigung es hat funktioniert so und nun der reihe nach die scheiben damit ihre löcher zu den riegeln zeigen in alle regel offen sind wird die kette freigegeben die ja 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 Okay. Okay. Sehr schön. Okay. Das sieht sehr gut aus, würde ich mal behaupten. All right. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020